Hey meine lieben Wizard-Guys, heute habe ich etwas ganz besonderes für euch, nämlich ein 1000-Abo-Special. Inzwischen sind wir über 1000 Wizards und hier ganz locker flocke ich eine Runde Minecraft Mario Party mit meinem guten Freund Nico. Hallo. Ja, ähm, zum Thema Mario Party, also wir haben halt aufgenommen, aber das ist halt ein bisschen schief hier, weil das einfach ein paar Wachstum auch da, aber wir haben jetzt so die lustigen Stellen so rausgesucht und werden die euch jetzt mal hier in einem Video zusammen zeigen. Genau. Alter, hast du irgendwie die Sicht irgendwie so ein bisschen weiter? Nein, wieso? Sieht ganz anders aus als bei mir. Ich komme nicht klar auf dein Ding. Mann ey, ich check das System einfach nicht, ist doch scheiße. Ja, jawoll, Junge, dritter. Krass, dritter. Oh, ich habe Pro-Kerm-Stüssel. Alter. Tch, das geht ja voll basic. Das ist bei dir viel schneller als... Junge! Wow. Was ist das für eine Ansicht? Tch, Junge. Ey, du hast irgendwie Craig Pro, so eine Scheiße, dass bei dir alles weiter weg ist. Oh, Junge, was ist das? Bitte. Craig Pro, leck mir am Arsch, ey. Okay, ja, er schmeißt... Ja, er schmeißt mich bis ganz nach unten. Wie hoch geht es denn? Unnormale Scheiße. Warte, ich hau den runter einfach. Ich hau die anderen jetzt einfach nur noch runter, weil er jetzt eh schon los ist. Das ist noch eins über den bis zum Ende, das habe ich nicht zu Ende. Ah, ich glaube, er hat einen anderen zieht. Huiiii. Ach, ver***t. Vorletzter. Mob Arena, also hier muss ich einfach so viele Monster wie möglich töten. Krass. Er sagt zu mir, spring einfach durch. Also, die Sprünge hintereinander einfach machen. Nicht anhalten. Was meinst du, die ganze Zeit einfach... Ja, einfach springen. Ohne anhalten. Spring, spring. Du sagst mir, spring, spring. Manu, ey, ich lauf hier gar nicht schneller. Das kann man auch mit reinnehmen. Manu. Hä, der rennt gar nicht, oder? Ja. Du springst jetzt zum dritten Mal da vorbei. Ja, was soll ich denn da machen? Dann springst du in Schräge. Ja, warte, ich will jetzt wenigstens noch... Mein Ziel ist einmal über die zweite zu kommen. Egal, ich habe noch 50 Sekunden. Okay. Eins, zwei... Ah, f***. Ich bin der Boss. Ich bin so, 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 so. Das ist viel zu gut. Ah, warte, warte. Warte, nein, drei Sekunden. Fuck, fuck, fuck. Komm schon, komm schon. Nein, Mann. Ach, du warte, warte, warte. Ah, ganz knapp. Let's go. Ah. So schwer. Nein, du schaffe ihn, ich weiß. Anderen Weg. Oh, da ist es gut, da war gut, da war gut. Lageloup. Lageloup im Schuh. Lageloup im Schuh. Guck du, du jumpst da einfach so vorbei. Oh, der Baum, zum Schluss der Baum. Es ist der Baum, es ist der Baum, es ist der Busch, es ist der Busch. Oh, was war das, was war das? Und, oh ja, dritter. Dritter, wir sind immer Top 3 oder so, krass in Sachen. Ja, oder? Warum treff ich die nicht? Jawohl. Warum treff ich die nicht? Hallo? Warum treff ich die nicht? Ich habe ihm doch die ganze Zeit Schneebeln in die Fresse geschossen. Was ist knapp vorbei? Was ist knapp vorbei? Das ist ja eine ganz schön knappe Sache, oder? Ja, das ist ein bisschen Lageloup hier. Egal. Ist ja langweilig, wenn es die ganze Zeit flüssig läuft. Ja, wenn da rauskommt. Ja genau, da muss ein bisschen Schwierigkeit drüber sein. Ja, wenn da so viele ganze Zeit... Hüpp. So, gestalt, gleich schnell. Aha. Weil da so viele Leute rausgegangen sind. Anscheinend. Ja, super. Ist es zu Ende? Ja, oder? Und was, wie war es jetzt? Na, das war jetzt, weil alle rausgegangen sind irgendwie. Ach so, okay. Also, jetzt ist keine volle Runde. Ja, Leute, tut mir leid, dass es jetzt keine volle Runde war. Noch eine Runde! Okay, wir werden gleich noch eine Runde spielen, aber ich glaube... Und da nehmen wir dann die volle und so... Vielleicht werden wir ein paar Outtakes und so... Ja, genau, da werden wir coole Sachen ranschneiden. Und ja, das war's. So, was zum Abschluss sagen, mein Lieblings-Freunds, Nico? Jetzt erst mal, ja, hätte ich einen Glück und schon mal zu den Tausend. Dankeschön, Dankeschön. Genau, war hier in meinem 1.800-Special. Unterstütz die und... Dankeschön, Dankeschön. ...verhälft ihm zu mehr. Auf die nächsten 1.000! Auf die nächsten 1.000!